moin moin ets freunde heute geht es wieder mit der promoz von esberg dänemark nach liverpool gemeinsam mit dem volvo im böse onkel skin und dazu den passenden trailer den müssen wir erstmal holen dafür starten wir jetzt das wetter spielt auch mit regen ingeburg und bello auch am start youtube dann starten dem motor und auf geht's komme ich da rum wie ihr seht da steht schon ein böse onkel trailer aber meiner ist 20 kilometer entfernt so zwischendurch werden wir auch noch tanken gehen muss ich kurz die bremsen einstellen die sind zu scharf wo haben wir sie? da ist zu reichen ok weiter gehts lalala 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 usw 2 wir Nova ein 2 aber Photo 70 ich weiß gar nicht was hier links hängt, ist das ein nokia oder was, so ein altes einfach schneller die auch noch unterwegs so welchen haben wir denn? ja was kann man hier einstellen? wieder kein unterschied ok nehmen wir den hier wie er ist oh der steht hier hinten drinnen, seitlich gar nicht vor uns schauen wir mal da hinten, oder? ja 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 so angekoppelt jetzt gucken wir das mal von außen an schön 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 jo alles funktioniert, gut gut dann auf auf die insel zu kloppy ok england wieder auffassen linksverkehr da so kamikaze und auf geht's mal das eigentlich ausmachen mal das eigentlich ausmachen mal links brauchen wir nicht das seh ich so genau, ne muss ich lassen ok so, haben wir schon den Fährhafen Terminal fein 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 aufbrechen ja ihr wisst Multiplayer was da los ist in dem Ort nur die Hölle aktueller Auftrag Onkels, geil so, hier regnet es nicht mehr ja linksverkehr na 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 macht man das hier so oder was na hau ab da gerade so oder so, wie weit ist es noch sieht doch nochmal den Aufrufen 305 km einmal quer rüber lag wegen zwischenspeichern hab schon hab schon probiert das deaktivieren aber geht angeblich nur auf der Standard Map und nicht auf der Promods irgendwie eine Editor SCS Datei oder SII Datei kann man die 15 Minuten glaube ich auf unendlich machen aber funktioniert auf der Promods leider nicht wird trotzdem gespeichert automatisch man bleibt halt das Spiel kurz stehen weil es naja muss weiter mit leben oh 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 ah da ist ja die lange Brücke ich glaube über die Farmau rüber ne doch nicht unten durch unten durch geradeaus sonst werde ich schon rot markiert die Fahrbahn oben aber hier muss ja trotzdem rüber runter 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 so wartet mal ich will hier durch oder lang runter die bösen Onkels on Tour hier schickt er mich lang nach Sheffield Newcastle so noch mal ein Blick rauswerfen schick 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 kommt was ich höre nix schick einer Eine eine der das Na, auch so ruhig beide hier, genießt Landschaft, soll mir recht sein. So, LKW in der Kurve überholen, harte Typen da fahren. Wenn ich's mache, kommt wieder jemand von vorn, oder? Na, auch mal gucken, ob's in der Kurve klappt da. Nach der Kurve. Ne, ist... Überholverbot. Speichern. Na, lohnt's dir nicht mehr. Oh, dann muss er ja wieder auf die nächste Autobahn. Gucken, wo der Kollege hin will. Ah, auch. Zieh, Bruder! Gib alles hier! Na, Polizei, warum fährst nicht vorbei? Habt ihr noch nie Böse Onkels gelesen, oder was? Na, jetzt... Komm vorbei hier an den... Na, nicht... Beide Spuren nehmen. Ah ja, es gibt mir jetzt noch Gas da drüben. Ah, verkehrt! Mist! Nicht drauf geachtet! So, rechne eine neue Route. Ja, zurück. Alles klar. So ist das, wenn man das Navi nicht im Auge behält. Gucken wir schnell auf die Karte. Vielleicht gibt's doch einen anderen Weg. Na komm. Manchester, Liverpool. Äh... Ist soweit hier runter. Ja... Müssen wir zurück. Gibt's keine Alternative hier. So. Ja... 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 Merlin. Ja... 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 Das ist mir gut, aber... Schade, dass ich da nicht raufkomme. Jetzt muss ich ein bisschen in die Stadt rein. Alles wegen so einem dummen Überholvorgang. Ich glaube, da vorne war ein Kreisverkehr. Oh Mann, scheiß Speicherei. Das nervt. Und... ...und dann. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt aufpassen, nicht dass ich wieder geradeaus fahre. Ich glaube, takten wollten wir auch noch. Na ja, vielleicht kommt noch eine Service-Station. Meine ist die Autobahn hocklig hier. Manchester. Manchester. Oh. Oh. So, jetzt sind wir wieder auf der Richtung. 140 km. Und jetzt kommen wir weiter. also da kommt eine Tankstelle aber eigentlich kann ich durchfahren tanke ich heute in Liverpool oh man und Speicher, Speicher, Speicher so ich glaube ich muss eine rüber da wird die Spur bleiben so 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 kann ja nicht mal weit zu weg sein hier so 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 Schade, dass hier keine Fußgänger simuliert werden, dass die über den Fußgängerweg laufen können, damit wir anhalten, wenn wir die Ampel sehen, das ist ja trotzdem nicht schneller, als ein Autotransport. So, kann bloß hier sein. Na, 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 fahren wir nicht in die Seite da hinten. So, wie immer, keine Zeit, nur im Stress in der Eile. Oh. So. So. So, frei wie der Wind, welcher Wind. Wo ist mein Hänger hin? Kann er nicht sein! Weg! So Freunde, das soll jetzt mal wieder gewesen sein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich denke mal mit dem gleichen LKW. Aber mir gefällt da. Stuttgarter Kennzeichen. Jetzt hören wir mehr. Also alles klar. Dann macht's Gute! Ciao!